Moin Folge 3 und 1. Celebration. Vielen lieben Dank Leute für die 300 nochmal. Ich habe in 300 Tagen nicht gelernt wie ich Celebration Packs aufmache anscheinend. Schade. Aber kein Problem. Wir gehen mal rein und schauen nach was wir ziehen. Cosmo, Cyanus. Ich hätte gerne zu gerne noch ein Old Scooted. Bisa Floor. Yes. Yes, yes, yes. Mein Sohn schlägt das, deswegen darf ich nicht so laut machen. Aber geil. Geil. Und achso, ich habe noch eine Faction zum Aufmachen. Krass. Ich habe eine Tintel getauft. Ich habe sie gekauft von Dark Silvion und habe da jetzt schon zwei Hits rausgezogen. Dann nimmt es mal doch die Schere. Zack, zack, zack. Dass wir noch hier reinschauen können. Das ist mit der einen Mütze, das ist echt blöder, steht man total in der Zeitdruck irgendwie. So, wir schauen rein. Wir haben einen Ho-O. Lugia. Und... Crowdon und ein solcher Leo. Tschüss.